So, so sieht es aus, wenn wir unsere Schiebettücher aufmachen. Und das ist das Thema für heute, der neue Show-Raum ist jetzt fertig, fertig, endlich fertig, schnurren, dann können wir mal schauen, wie es hier neu aussieht. So, da sind wir jetzt mitten im Herzstück von unserem neuen Show-Raum, man kann schon viel darüber sprechen und blablabla, aber wie immer, der André schreibt, habe ich Schnurre von der Nation, jetzt sind wir fast, fast, fast ganz fertig und ich werde auch mal im Detail ein bisschen zeigen und natürlich bewusst machen, was wir alles neu gemacht haben. Generell fällt auf, es ist alles schwarz und dunkel, der ganze Show-Raum-Decken rausgestrichen, ich wiederhole, und mein Ziel war für mich, ein bisschen weniger die weisse Wartehalle-Atmosphäre, ein bisschen mehr Style, wenn du in moderne Boutique reinläufst, ist das eher ein bisschen dunkler, gesetzter und auch ein bisschen edler. Das haben wir erreichen wollen und der Bereich, wo wir jetzt gerade sind, ist das meiner Meinung nach am allerbesten gelungen, weil da haben wir nicht nur die Ecke, sondern auch die Wände schwarz gemacht und als spezielles Stilelement haben wir so eine Latten-Rostwand und vorne mit Kupfer abgesetzt, das Kupfer findest du auch wieder hier in unseren Industrial Style, bei dem gibt es ein paar Skiwerferinnen. Und das ist so ein bisschen der Gruf, den man für unsere Heritage-Custom-Bereiche sucht und nicht nur mehr, sondern das Gute ist auch Bärchen, also da sind wir voll auf Ringe und voll im Trend. Und dann ist das der neue Arbeitsplatz von Mirko, der ist nur am besten, glaube ich, noch ab, weil das ist sehr stylisch da. Und dann haben wir ein bisschen Atmosphäre, V-Term wieder einbauen wollen. Ein Element ist sicher meiner Meinung nach der schönste, den wir je gebaut haben, unsere Bettis, bei uns in Schmeriken aufgenommen. Das ist übrigens ein kleines Detail, das ist von Mark Holstein gefottelt und das ist auf echtem Film, das ist kein digitales Bild, sondern der hat eine ganz seltene Akfa-Panorama-Filmkamera. Und wenn du herschaust, siehst du auch, dass das gekürmt ist. Und ich bin jetzt ein sehr schönes Bild mit dem Film gerufen, nicht das hochauflössende Digital. Also das ist eines meiner Lieblingsbilder. Und natürlich hast du auch schon hundertmal darüber gehäutet und die anderen Achtelmeilen, Saltersaufsprint, die Europameisterschaft ist fertig. Aber unser Firmamotto ist «Made life a ride», unser BMM-Spruch. Und da haben wir uns eigentlich unsere Wand, nämlich «Our ride» verhindert. Zu eurem Ride komme ich dann noch. Da haben wir uns noch eine andere Galerie hergetan, als Erinnerung für uns. Und das ist natürlich auch, um zu zeigen, dass wir hier auch noch ein bisschen bekloppt sind, vor Szenerien von Amelie, Spitfire, Polizia, Pokal. Da bin ich stolz. Das ist Glemsek, dritter Platz. Essenza, eine Design-Class, zweiter Platz. Da ist Amelie drauf stolz. Der Pokal von der Spitfire, Soundpresche. Der Leute ist zu schreien und der Leute ist tot. Sie selber auch natürlich der Vize-Europameister, der Pokal bei sich zuhause. Das ist eine andere Galerie mit meinem eigenen Rennhelm. Das ist übrigens der Helm, wo ich das allererste Mal Polizia gefahren bin. In Glemsek. Und da ein wichtiges Foto für uns persönlich. Das hier ist in Montlery in Frankreich ein wichtiges Rennen gewesen. Und da ist eigentlich Europameister, Vize-Europameisterin. Und wir haben geschlagen, niemand anders als der Randy Mamola himself auf die Rinde. Das ist für mich auch A Atmosphäre, aber B historisch ein wichtiges Bild. Also das ist unsere Ahnen-Gallerie vom Achtelmeilen-Zirkus, den wir mitgemacht haben. Und dann haben wir auch hier hinten, möchtet ihr euch erinnern, das war ein 70er-Jahr-Gaub-Gestell. Lochblech, silbrig. Da haben wir gesagt, das wollen wir auch etwas schwärzer, dunkler machen, etwas edler, anständig ausleuchten. Und auch da, wie das Zeug hängt. Das soll nicht wie im Polo-Shop aussehen, sondern eher wie in einer Boutique. Und ich glaube, das ist da hinten recht gut gelungen. Auch da bin ich stolz drauf und finde, das stellt etwas besser dar, was wir wollen und was wir machen hier bei uns. Und dann, wenn du weiter vorne kommst, fällt darauf, dass hier alle Gestelle und alles weg sind. Das ist eigentlich ein natürlicher Prozess. Wir sind jetzt über acht Jahre hier drin. Und dann hast du auch hier mal noch das Bale-Stuff-Gestell und hier noch etwas Käppern und hier noch etwas Hütchen. Und das wollte ich einfach mal aufgeräumt haben. Hier sind alle Gestelle weg. In einem von einem wichtigen Segment vom Custom-Shop ist auch unser Window oder unsere Terrasse, wo wir auf der R18 sitzen können. Das haben wir frei gemacht. Da haben wir alle Gestelle weggenommen. Ein Marschallverstärker, Polarikamera, fertig. Das ist alles etwas aufgeräumter. Und weil wir den Style werden durchziehen, haben wir auch hier in diesem Bereich die Küche alles schwarz gemacht, schwarz ausgestrichen. So etwas Winter-Style, Barbeschriftung. Wir haben alle unsere Trophäen, die wir von BMW bekommen haben, weggenommen. Weil wir machen, was wir können. Wir sind in dem nicht so kein Beglecht. Der hat eine schöne Uhrherr-Tag im Kupfer-Style. Und wenn man da vorne weiter nach vorne läuft, schau, dass man nicht auf den Töpfer reinkommt. Auch da vorne haben wir einen Haufen von diesen Stellwänden. Wenn du mal schnell rüber schwenkst. Jeder hier hatte vorher einen Haufen mit Fernseher dran. Da musste man das Motorrad-Segment signalisieren. Und dann wird die Vorschläge noch einmal lockern. Das brauche ich nicht mehr. Und dadurch haben wir einen Haufen rausgenommen. Wenn du jetzt hier reinkommst, hat es einfach viel mehr Luft und viel mehr Platz. Und etwas was uns, wenn du da im Laden reinhobst und da raus schaust. Auch für die, die sich mögen, erinnern. Ich schon bald nicht mehr. Links und rechts haben wir wieder zwei so riesen weisse Stellen, die wir mussten haben. Das war Vorschläge von BMW, wo Öffnungszeiten und Internetadresse waren. Auch die brauchst du nicht mehr. Die haben wir weggenommen. Hier rechts hatte ich einen Touchscreen von aussen. Der hat hier auch viele Schaufenster und Sicht rausgenommen. Das haben wir weggenommen. Und jetzt hast du vorne wieder eine riesige Schaufenster vor. Hier haben wir noch einen kleinen Bildschirm. Und haben alles ein wenig lockerer gestaltet und ein wenig edler dargestellt. Auf meiner Sicht. Und dann, wenn wir da weiter hinten gehen. Wenn wir da hinten gehen. Wenn wir da hinten sind, sind alle die Stellen mit Fernseh und die Plattformen, die wir als Vorschrift haben müssen. Das ist alles weg. Jetzt hast du Platz und Luft und siehst du da durch den ganzen Laden. Und hier bei mir auch wieder viele Möglichkeiten, die ich schon nicht mehr erinnere. Dann kann man mal schauen. So, ey. Das war eine weisse Wand. Und dann hat es so ein wenig 2000er-Jahre-Style. Welkom Leuchtschrift und so. Das haben wir alles weggenommen schwarz. Und das ist dann so ein wenig unser Message-Board. Das ist das Einzige, was da drin noch fehlt. Da kommt noch die offizielle Make-Wide-Vereitschrift drauf. Da, wenn ihr es vorgegangen habt. Das sind so meine Kritentafeln. Wo ich aktuelle Aktionen, Events oder so drauf tue. Und da wollte ich etwas Spezielles. Weil es sind nicht nur wir, die fahrend unseren Reit machen. Sondern wir haben viele Kunden, die aus ihren Reisen, wo es auch immer sind, ein Bild schicken. Weil sie gerade unterwegs sind. Und da wollen wir so ein wenig eure Kunden mit lustigen Bildern und Szenarien machen. Der Rolf hat den R1250 R Customized bei uns. Kaum hat er sie abgeholt in Sardinien gewesen. Ich habe hier den BMW Club von Südkorea in Schmeriken. Der Marc Homlicher ist gerade in Andalusien. Meine Tochter ist auf der R18 von Amelie gehockt in St. Moritz. Und meine Frau ist fast auch mitgefallen. Vielleicht eine Achtelmeile. Ein spezielles Bild noch einmal Randy Mamola mit Amelie im Mantler. Und das ist von unserer Toskana-Natur. Da ist Marc Tatonka, sagen wir ihm. Und da auch ein spezielles Bild. Einer von den ersten R18 Kunden hat sie bekommen. Das ist mein Aufruf von euch. Wenn immer ihr unterwegs seid und reisen seid. Schickt mir die Postkarte. Schickt mir ein Mail mit einem Bild darauf. Das ist eure Wand. Da ihr erlebt, wird wieder etwas weg. Etwas Neues her. Das ist unser Kunden-Message-Board. Um euch zu zeigen, wo ihr überall unterwegs seid. Das ist nämlich echt beeindruckend. Also das ist etwas Neues. Und wenn du da hinten kommst. Jetzt kannst du dann gleich nach Hause gehen. So. Etwas was mir auch am Herzen gelegen ist. Wir haben ein extrem grosses Bekleidungsangebot. Und das haben wir hier auf einen Haufen Ständer. Und es ist halt auch gewachsen über die Zeit. Und da haben wir jetzt alles umgestellt. Das ist luftiger und einladender gestaltet worden. Auch da der Wander etwas mehr Bootigstyle hergebracht. Und wenn die genau acht ist. Haben wir von Tammi etwa 2.500 St. Kleiderbügel ausgegeben. Das sieht halt einfach egal aus. Wenn alle Kleider an einem kleinen Kleiderbügel hängen. Und wir haben auch gesagt, wir wollen nicht mehr alle Jacken, alle Hosen, alle Grösse auf einem Kleiderständen gepuppen. Sondern das muss ich euch nicht erklären. So wie es halt in einer gut gestylten Boutique aussieht. Wir sind einfach ein wenig stylischer präsentiert. Und das finde ich auch in diesem Bereich sehr gut gelungen. Das was wir im Interieur gemacht haben. Also da sind wir bis auf die Make Life or Write Schrift eigentlich fertig. Wiesbobereich haben wir gelassen. Ausser möchte ich auch noch etwas zeigen was noch fehlt. Wie immer in der Schweiz musst du im Aussenbereich eine Bewilligung haben. Sobald es als Werbung tituliert ist. Und das ist eine Schrift, der aussen fällt der Motorrad. Dann gehen wir mal kurz raus. So, das weisse Band da. Das ist auch langsam etwas in die Jahre gekommen. Dann haben wir da so einen Abschnitt, der wieder tiefer wird. Das ziehen wir durch. Von dort hinten bis hier vorne ein grosses schwarzes Band. Das ist auch BMW Comfort. Das werden wir durchziehen. Da warte ich noch auf die Bewilligungen. Und dann ist eines das Einzige was mir noch ein bisschen in den Ohren im Auge ist. Das sind die Anulärme da. Da bin ich zu müde. Die gehören nicht mehr hinein. Das heisst die werden ich nicht streichen oder eloxieren. Aber dann haben wir noch Lösungen gefunden. Und einfach nicht verlieren. Das Einzige was noch fehlt. Das ist ein schönes Pantatoren schwarzes. Und dann ist es auch feinste Brand schwarzes. Und dann sind wir ganz ganz fertig. Und dann hat es auch dieses Teil bekommen. Es hat den Zitteln bei Stangen Geld gekostet. Aber es hat sich gewohnt. Das Bild. Wenn du da hinlässt, hat es keine Schilder. Keine Tafeln mehr. Und wenn du da hineinkommst, wie ich vorhin gesagt habe. Sieht es da viel stylischer und edler aus. Und da hat es Platz und Luft. Und du siehst Leute und Töffe. Und du kommst nicht auf einem Hobel oder vor so einem Brett unter einem Fernseher. Das hier. Die lange Geschichte zu einem Umbau. Der ebenfalls lang ging. Mit dem haben wir auch Janine Wierer natürlich wieder zu uns. Den neuen Umbau zu bestaunen. Und einfach im Thema Style eins oben drauf setzen. Meiner Meinung nach ist es gelungen. Du schaust selber und beurteilen. Willkommen gleich bei uns im neuen Laden. Im neuen Laden. Und natürlich gibt es wieder Kapi und Zwetschgelutz und Whisky. Das ist geblieben. Das besprecht ihr. Unser neuen Showroom in Schweriken. Ab jetzt. Wie es scheint. Gewöhnt euch langsam an das neue Video Format. Immer einzelne Häppchen. Kurz und einfach kreuz und quer durch die Woche durch präsentiert. An Stelle von einem grossen langen stündigen Video. Eins habe ich aber immer wieder gehört. Ab und zu. Per Mail. Oder von Kunden. Die Leute die da waren. Die haben gesagt. Wo ist die Zusammenfassung G? Also haben wir mit unserem Regieleiter dahinter besprochen. Das haben wir besprochen. Also ich habe gesagt. Wenn wir es machen. Wie immer. Das muss ich gehört zu unserem Video DNA an. Also nach jedem Video. Eine Zusammenfassung G. Ist in Schweriken. Hat der Vater tut der Showroom Dinero. Guckst du musst du mitnehmen. Die Lampe. Dann siehst du auch alle die neue Wespe. Also kommst du gucken. In der neue Showroom in Schweriken. Ist alles schwarze. Zusammenfassung G. Aber fertig. Flasche leer. So. So Arcompagge. So. So Gradiftō. So. To ben und eventuell man einen r trad waierblende tone und durchzuschnittliche Du bist das hier im Elsie. Ja. frostculos. Mal碗. Amen.